Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Photoshop-Tipp. Heute stelle ich euch die wichtigsten Neuerungen von Photoshop CC 2019 vor. Es gibt in Photoshop nun eine Startseite, von der aus ihr eure zuletzt geöffneten Dateien sehen und öffnen könnt. Das Neue an dieser Startseite ist, dass ihr zu dieser jederzeit zurückkehren könnt, auch wenn ihr gerade Bilder bearbeitet. Dazu klickt ihr oben links auf den Home-Button. Wenn ihr dann die Bildbearbeitung wieder fortsetzen wollt, dann klickt ihr einfach wieder oben links auf das Photoshop-Icon. Um diesen Startbereich zu erhalten, müsst ihr ihn in den Voreinstellungen aktiviert haben. Die Möglichkeit, Bereiche inhaltsbasiert zu füllen, gibt es schon länger in Photoshop und zwar unter Bearbeiten, Fläche füllen. Nur war diese Funktion bislang nicht sehr anwenderfreundlich. Man konnte mit ihr lediglich eine Füllung erzeugen, ohne weitere Optionen zu erhalten. Ab sofort gibt es nun einen neuen Dialog, der das inhaltsbasierte Füllen deutlich komfortabler macht. Zunächst wählt ihr, wie bisher auch schon, den zu füllenden Bildbereich mit einem Auswahlwerkzeug aus. Dann geht ihr auf Bearbeiten, Inhaltsbasierte Füllung und es öffnet sich ein neuer Dialogbereich. In diesem seht ihr in der Mitte links euer Dokument mit der Auswahl und einer transparent grünen Fläche. Diese grüne Fläche zeigt den Sampling-Bereich an, also den Bereich, der für die Berechnung der Füllung herangezogen wird. Rechts daneben seht ihr eine Vorschau, die anzeigt, wie sich die getroffenen Einstellungen auf die Füllung auswirken. Diese Vorschau wird nach jeder Änderung sofort aktualisiert. Wie könnt ihr nun das Ergebnis beeinflussen? Zum einen könnt ihr Photoshop sagen, welche Bereiche in die Berechnung einfließen sollen. Das macht ihr, indem ihr mit dem Auswahlpinselwerkzeug grüne Bereiche entfernt oder dazumalt. Außerdem könnt ihr auch eure Auswahl weiter verbessern, und zwar mit dem Lassowerkzeug. Im rechten Bereich könnt ihr dann vorgeben, ob Photoshop die Füllung auch noch skalieren oder drehen soll, und ihr könnt auch Einfluss auf die Anpassung der Farben nehmen. Diese Funktion basiert übrigens nun auf Adobe Sensei, Adobe's Plattform für Maschinenlernen bzw. künstliche Intelligenz. Das Rahmenwerkzeug wird euch sofort vertraut vorkommen, wenn ihr auch mit InDesign oder Illustrator arbeitet. Ihr erzeugt damit einen Rahmen bzw. Platzhalter in Photoshop, in den ihr dann beliebige Bilder platzieren könnt. Das Rahmenwerkzeug soll Layoutaufgaben vereinfachen, wie das Gestalten von Screen Designs. Die Bedienung des Werkzeugs ist ziemlich einfach. Zunächst zieht man damit einen rechteckigen oder einen runden Rahmen auf. Dann zieht man die Bilder auf die entsprechenden Rahmen, entweder aus dem Explorer bzw. Finder, dem Bibliothekenbedienfeld oder dem Ebenenbedienfeld. In Rahmen können nur Smart-Objekte platziert werden. Zieht ihr eine Pixelebene in einen Rahmen, wird diese automatisch in ein Smart-Objekt konvertiert. Klickt ihr bei gewähltem Verschiebenwerkzeug einmal auf den Rahmen, werden Rahmen und Smart-Objekt markiert. Ihr könnt sie dann gemeinsam verschieben und transformieren. Um das darin liegende Smart-Objekt zu bewegen und zu transformieren, klickt ihr einfach doppelt auf den Rahmen. Dasselbe könnt ihr aber auch erreichen, indem ihr die Miniatur des Smart-Objekts im Ebenenbedienfeld direkt anklickt. Um den Rahmen selbst zu bearbeiten, markiert ihr die Miniatur des Rahmens im Ebenenbedienfeld. Es ist auch möglich, beliebige Formen und Texte in Rahmen zu konvertieren. Dazu klickt ihr mit der rechten Maustaste auf die Ebene und wählt In Rahmen konvertieren. Text verliert dadurch allerdings seine Editierbarkeit. Eine neue Ausrichten-Funktion macht es möglich, nun auch gleichmäßige Abstände zwischen unterschiedlich großen Elementen herzustellen. Die bisher integrierten Verteilen-Funktionen waren mit dieser Aufgabe immer überfordert, da sie sich bei der Berechnung an der Mittelachse bzw. den Kanten der Elemente orientierten. Bei unterschiedlich breiten Buttons führte dies dann dazu, dass zwischen den Elementen ungleichmäßige Abstände entstanden. Über die neue Ausrichten-Möglichkeit können nun aber auch zwischen unterschiedlich großen Elementen gleiche Abstände hergestellt werden. Das symmetrische Malen ist eigentlich keine richtig neue Funktion. Sie wurde in Photoshop CC 2018 als Technologievorschau eingebaut und nun ist aus ihr sozusagen eine offizielle Funktion geworden. Diese steht bei den Pinsel- und Buntstift-Werkzeugen zur Verfügung und wird über einen Button in der Steuerungsleiste, der wie ein Schmetterling aussieht, aktiviert. Nach Klick auf den Button richtet ihr zunächst eine Symmetrieachse ein. Danach werden die Pinselstriche entlang bzw. in Relation zu den einzelnen Achsen aufgetragen. Hinzu gekommen ist nun auch noch die Möglichkeit, Vandalas oder radiale Gestaltungen zu erstellen. Diese war bislang versteckt und konnte nur durch eine gezielte Umbenennung der Ebenen aktiviert werden. Ihr könnt ab sofort Farben auch anhand eines Farbkreises einstellen. Diese Option erhaltet ihr über das Bedienfeldmenü des Farbebedienfelds. Über den äußeren Kreis wählt ihr zunächst den Farbton. Die endgültige Farbe definiert ihr dann über das innenliegende Dreieck. Bewegt ihr euch entlang der linken Achse, ändert ihr die Sättigung. Entlang der unteren Achse ändert ihr die Helligkeit. Und entlang der linken Achse stellt ihr einen Graustufenton ein. Genau gegenüber einer Farbe befindet sich übrigens immer deren Komplementärfarbe. Ab sofort braucht ihr keinen Taschenrechner mehr zu bemühen, sondern könnt die Werte auch über die Eingabefelder von Photoshop ausrechnen lassen. Unterstützt werden die Grundrechenarten, also Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Ein kleines Beispiel, um die Komplementärfarbe einer Farbe zu finden, gebt ihr einfach beim Winkel des Farbtones Plus 180 an. Nach Drücken der Return-Taste wird der Wert und damit auch der Farbton eingestellt. Bislang konnte man über STRG-Befehl plus Z immer nur einen Arbeitsschritt rückgängig machen. Wollte man mehrere Schritte rückgängig machen, musste man immer STRG-Befehl plus Alt plus Z wählen. Ab sofort könnt ihr über STRG-Befehl plus Z beliebig viele Schritte rückgängig machen, so wie es auch in jedem anderen Programm der Fall ist. Über STRG-Befehl plus Alt plus Z könnt ihr nun zum letzten Stand, also zum letzten Schritt im Protokollbedienfeld zurückkehren. Den letzten Schritt wiederherstellen könnt ihr über STRG-Befehl plus Umschalt plus Z. Eigentlich unverständlich, dass hier nicht wie bei anderen Programmen der Shortcut STRG-Befehl plus Y reserviert wurde. Wenn ihr mit dem neuen rückgängig Verhalten nicht einverstanden seid, könnt ihr das bisherige Verhalten wiederherstellen. Dazu geht ihr auf Bearbeiten Tastaturbefehl und aktiviert das Häkchen bei Herkömmliche Tastaturbefehle für rückgängig machen verwenden. Wenn man bislang zum Beispiel Ebenen transformierte, Dokumente freistellte oder Texte bearbeitete, musste man die Operation immer durch Drücken der Return-Taste oder durch Klicken auf den Häkchen-Button abschließen. Ab sofort genügt für das Abschließen ein Klick auf die Arbeitsfläche. Bislang musste man immer die Umschalt-Taste gedrückt halten, wenn man Elemente proportional transformieren wollte. Ab sofort erfolgt das Transformieren standardmäßig proportional und man muss die Umschalt-Taste gedrückt halten, um nicht proportional zu skalieren. Komischerweise werden Formen aber nach wie vor standardmäßig und proportional skaliert. Das dürfte aber nicht zu gedacht sein, sondern einfach nur ein Bug. Für erfahrene Anwender bedeutet diese Neuerung schon eine ziemlich große Umgewöhnung, denn das Halten der Umschalt-Taste für ein proportionales Skalieren hat sich über die Jahre hinweg einfach als starke Gewohnheit manifestiert. Und hier frage ich mich, warum man den Anwender nun dazu zwingen muss und keine Möglichkeit anbietet, das alte Verhalten beim Transformieren beizubehalten. Der Referenzpunkt wird nun standardmäßig ausgeblendet, kann aber manuell über die Steuerungsleiste aktiviert werden. Die Bearbeitung eines Textes kann nun auch bei gewähltem Verschieben-Werkzeug gestartet werden, dazu genügt ein Doppelklick auf den Text. Beim Anlegen eines Textes wird nun standardmäßig immer Blindtext eingefügt. Die Wirkung von Füllmethoden kann nun dank Live-Vorschau schnell ausprobiert werden. Wer verhindern möchte, dass die Anordnung oder Größe der Bedienfelder versehentlich verändert wird, kann nun den Befehl Fenster-Arbeitsbereich-Arbeitsbereich-Sperren wählen. Das funktioniert aber nur bei angedockten Fenstern, nicht bei freischwebenden, vermutlich auch ein Bug. Die neue Photoshop-Version ist wie immer nicht frei von Bugs. Exemplarisch möchte ich nur auf einen aus meiner Sicht besonders ärgerlichen Bug hinweisen. Scheinbar merkt sich die Export-Funktion den Speicherort nicht mehr. Ein Kernnutzen dieser Funktion ist damit einfach nicht mehr vorhanden und ich hoffe, dass dieser Bug schnell beseitigt wird. Wer sich also einen Export-Workflow aufgebaut hat, sollte die alte Version auf keinen Fall deinstallieren, sondern bis zum Beheben des Bugs mit dieser weiterarbeiten. Wie ihr gesehen habt, wurde der Schwerpunkt bei diesem Update einmal mehr auf die Optimierung der Benutzerfreundlichkeit gelegt. Bei den neuen Funktionen handelt es sich eigentlich um Dinge, die man entweder schon länger gekannt hat oder die man auch mal nebenbei in kleineren Updates hätte einführen können. Ich habe aber auch einen Verdacht, warum dieses Update eher klein und unspektakulär ausgefallen ist. Adobe hat nämlich angekündigt, im nächsten Jahr Photoshop als Vollversion, ja, ihr hört richtig, als Vollversion aufs iPad zu bringen. Und da werden wohl im Moment alle Ressourcen benötigt, um dieses große Projekt möglichst fehlerfrei an den Start gehen zu lassen. Das ist aber reine Spekulation meinerseits. Ich habe da keinerlei Insider-Informationen. So, das waren also die wichtigsten Neuerungen von Photoshop CC 2019. Ich hoffe, ihr fühlt euch durch dieses Video gut informiert und würde mich freuen, wenn ihr es weiterempfehlt und meinen Kanal abonniert. Auf Creative Aktuell habe ich alle Neuerungen noch einmal in Textform zusammengefasst. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.